Der Projektionswecker WT514 von TechnoLine überzeugt durch Funktionalität und Design im edlen Lack schwarz. Neben den herkömmlichen Funktionen wie Funkuhrzeit, Weckalarm mit Schlummerfunktion und farbiger Hintergrundbeleuchtung verfügt das Modell über eine Innentemperatur- und Innenluftfeuchteanzeige mit Minimal- und Maximalspeicher. Weiterhin bietet die Station eine Wettervorhersage basierend auf Temperatur und Luftfeuchte ebenso wie ein Temperatur-Trend-Display. Das schicke Modell eignet sich für eine Tischaufstellung.